Echt? Das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten und dann wären wir doch eine türkische Familie oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch. Aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau, dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja schon. Genommen, würde ich dir in Liebe wiedergeben. Und drum meine süße Hose, meine liebe Hose, sei lustig! KLM-Orlanda航空 952-Bin. Madrida-Iki-no-O-Kyak-sama-wa. KLM-Orlanda航空 952-Bin. Madrida-Iki-no-Kyak-sama-wa. KLM-Orlanda-Kyak-sama-wa. Untertitelung des ZDF, 2020